Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Almöhi Vlog, beziehungsweise Einsiedler Vlog. Das war das, was ihr tatsächlich unter die Kommentare geschrieben habt beim letzten Video. Hat mich sehr gefreut, fand ich sehr, sehr witzig. Vielen Dank dafür, hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Ja, fand ich mega geil. Heute wollen wir, achso, noch eine Sache vorweg, bevor wir über den Browser sprechen, den ich am meisten verwende. Wenn ihr noch irgendwelches Feedback für mich habt, dann bitte, bitte immer her damit. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch nicht so lange mit den Vlogs und ja, wenn euch da irgendwelche Themen interessieren oder sowas, dann gebt mir die gerne, wenn ihr aber irgendwie auch Sachen anders machen würdet, als zum Beispiel Kameraeinstellung oder sonst irgendwas. Dann ist es natürlich auch immer gerne gehört, wenn ihr da irgendwelches Feedback für mich habt. Und ja, ich versuche, wie gesagt, ich bin quasi die KI, die von euch lernt, okay? Wenn ihr mir Sachen sagt, dann übernehme ich die einfach. Okay, wir wollen anfangen und zwar, welchen Browser verwende ich die meiste Zeit? Und hierauf kann ich keine einfach so Antwort geben, denn ja, es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig, was ich für einen Browser verwende. Und zwar privat nutze ich eigentlich immer Firefox, ja. Also da habe ich meine ganzen Sachen installiert, soweit meine Add-ons. Ich habe da eben ein Add-on, was mein User-Profil quasi verändert. Ich habe einen Script-Blocker drin, ich habe alles mögliche drin. Und das Ding nutze ich eigentlich immer privat, wenn ich so normale Sachen machen möchte, ja. Das heißt, wenn ich eben normal im Internet Sachen googeln möchte, Sachen machen möchte. Für die Arbeit nutze ich aber, also für die Arbeit, für YouTube nutze ich eigentlich quasi ausschließlich Chrome. Beziehungsweise nicht Chrome selbst, sondern Chromium unter Linux. Und dort habe ich einfach alles, was ich brauche. Und das ist auch der Browser, den ihr immer in den Videos seht. Denn ja, Chromium bietet einige geile Features. Und zwar kann ich Chromium zum Beispiel auch mit meinem Handy verbinden, ja. Das heißt, ich kann da quasi Sachen synchronisieren nebenher. Und das kann ich sehr, sehr gut machen. Das kann ich zwar auch bei Firefox machen, aber bei Chromium ging das früher und ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen. Deswegen, ja, ist das einfach so viel besserer Workflow auch, dass das einfach wirklich wichtig für mich ist. Und ja, ich weiß, da bin ich quasi komplett gläsern, ja. Aber ich bin ja hier auch quasi sowieso eine gläserne Person. Das heißt, diese öffentliche Identität, die brauche ich nicht weiter schützen in meinen Augen. Weil ich da ohnehin schon Sachen von mir quasi online gratis preisgebe. Wohingegen ich sehr gerne Sachen schütze, ist, wenn ich was Privates mache. Das heißt, wenn ich irgendwie privat Sachen google oder sowas, dann nutze ich normalerweise kein Chromium. Dann nutze ich eben eher den Firefox. Und wenn ich heiklere Themen google, die mich auch wirklich irgendwie betreffen, also sowas wie, ich habe Schmerzen irgendwo oder ich habe irgendeine Krankheit oder sonst irgendwelche heiklen Themen. Ihr versteht, was ich meine. Dann nutze ich eigentlich immer einen Browser, also Firefox mit VPN dazu. Also einen anderen, eine virtuelle Maschine tatsächlich mit einem VPN drauf, wo nur auf dieser virtuellen Maschine läuft und dort drin dann Firefox. Und der ist dann quasi so eingerichtet wie bei mir auch das normale Firefox. Und dort drin mache ich dann eigentlich die Sachen, die wirklich eher heikel sind. Und Tor Browser, muss ich ganz ehrlich sagen, verwende ich fast nie, außer wenn ich mich über irgendein Thema informieren möchte, das so heikel ist, dass es schon fast als Grauzone rechtlich gelten kann. Wenn ich mich darüber informieren möchte, dann benutze ich Tor Browser. Aber ansonsten benutze ich Tor eigentlich fast gar nicht. Und wie gesagt, meistens benutze ich eigentlich Firefox oder Chromium. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich benutze Chromium häufiger als Firefox, weil ich eigentlich von morgens bis abends am Arbeiten bin und relativ wenig private Sachen google. Von dem her benutze ich dort dann auch den entsprechenden Browser. Was ich vielleicht auch noch anmerken kann, ist, ich benutze auch zum YouTube Privatgucken, nutze ich meinen normalen Chromium Browser, weil das Konto, über das ich YouTube gucke, ist dasselbe. Und wenn ich mich mit demselben YouTube Account in Firefox anmelden würde, dann wüsste natürlich Google sofort, dass der Browser zu mir gehört. Und das wäre dann natürlich wieder kontraproduktiv, weil ich dann eh wieder gläsern wäre über diesen Firefox Browser. Das heißt, ja, da ist so ein kleines bisschen Mischmasch bei mir drin und ich kann verstehen, dass das vielen viel zu viel Arbeit ist und viel zu umständlich ist, vor allem, weil heutzutage einfach die meisten Leute sowieso nur noch über das Mobilgerät, also das Handy, online sind und darüber dann sowieso nur einen Browser erstmal installiert haben. Und da Chromium oder Chrome ein ziemlich guter Browser ist an sich von der Funktionalität, von der Geschwindigkeit von allem, kann ich verstehen, wenn man eigentlich keine Lust drauf hat, da herzugehen und sich dann noch einen Firefox zu installieren und den für manche Sachen zu benutzen. Ich benutze zum Beispiel an meinem Handy auch quasi keinen Firefox. Also ich habe ihn zwar installiert, aber ich bin, ne, ich habe ihn, auf dem Handy habe ich ihn nicht mal installiert, auf dem Tablet habe ich ihn installiert und dort benutze ich ihn quasi gar nicht, weil, ja, was, was, warum, weißt du, warum, warum sollte ich das machen? Auf dem Handy bin ich sowieso immer nur geschäftlich unterwegs, wenn ich was google und private Sachen, die kann ich mir merken und dann mache ich das halt zu Hause. Genau, ja, und das war eigentlich so mein, welchen Browser benutze ich am meisten? Welche Browser benutzt denn ihr eigentlich am meisten? Schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare, wie euer Setup da aussieht. Benutzt ihr etwa auch viele verschiedene Browser, so wie ich das mache, oder habt ihr alles im selben, oder habt ihr vielleicht sogar alles tatsächlich nur mobil? Würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die schreiben, sie benutzen gar kein Handy und alles nur am PC. Manche Leute vielleicht nur mobil unterwegs, ich weiß es nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Schreibt mir eure Vorschläge für weitere Vlogs gerne auch in die Kommentare und ja, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.